Als nächstes haben wir für euch Bernhard Bachmann aus dem Enssland, Sanktzeichen Bullenmester und Schweinemester. Dann will ich euch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Bernhard Bachmann, komme aus dem Enssland. Hallo, Enssland. Ein Fuß aus dem Enssland hat auch wir gesehen nach Berlin gefunden. Ganz toll, dass ihr mitgefahren seid. Aber auch ganz toll, dass aus allen Regionen von Deutschland Landwirte und Landfrauen da sind. Ganz klasse. Wir haben zu Hause einen Betrieb mit gut 50 Hektar Ackerland und da messen wir 150 Bullen und ungefähr 1700 Maschweineplätze. Das ist unser, für das Enssland relativ typischer Betrieb, den wir bewirtschaften. Nebenbei bin ich auch noch Blogger, möchte ich jetzt an dieser Stelle mal erwähnen. Blog Agrar ist mein Blog und ich bin aktiv bei Frag doch mal den Landwirten. So, und wir haben gestern ja auch schon eine dezentrale Aktion gehabt. Im Enssland haben wir eine Kundgebung gehabt am Preishaus. Dort sind 80 Traktoren aufgefahren und ungefähr 300 Landwirte haben dann auch nochmal sozusagen, wir machen euch satt, lokal im Enssland nochmal deutlich gemacht. Es ist sehr viel in den lokalen Medien berichtet worden, Lokalsender, Radio, Zeitung. Ich glaube, dass hier, wenn das in vielen Regionen so passiert ist, werden wir deutlich wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Und diese Monopolstellung, die wir haben es seit Demonstrationen in den vergangenen Jahren immer hatte, mit ihren bunten und wilden Forderungen, die können wir auf jeden Fall erstmal brechen. Dafür danke, dass ihr da seid. Jetzt habe ich mir überlegt, weil ich relativ spontan jetzt hier auf der Bühne stehe. Gestern in Meppen habe ich auch eine kurze Ansprache gehalten. Und da kann ich ja nochmal die Worte so ungefähr wiederholen, die ich da gebracht habe. Ich bin einfach kein großer Redner, deswegen möchte ich das nochmal wiederholen. Also, ich bin dort angefangen mit, wir Bauern sind es nicht gewohnt zu demonstrieren, aber manchmal ist es eben auch an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Und das ist eben ganz wichtig, wir sind eben nicht hier, weil die Preise schlecht sind, obwohl die Preise schlecht sind und dieser Schuh drückt ja uns allen. Wir sind auch nicht hier, um gegen irgendwas zu demonstrieren. Nein, wir sind hier, weil wir der Öffentlichkeit sagen wollen, redet mit uns und nicht über uns. Und warum ist es nötig, diese Forderung zu stellen? Weil, wiederholt in Berlin, eine von vielen Organisationen getragene Demo mit dem Motto, wir haben es satt, die allermeisten Landwirte brüskiert und zum Teil auch diffamiert. Und, was haben diese Organisationen für Gemeinsamtheiten? Alle wollen in irgendeiner Weise eine ideologisch begründete Agrarwende. Fakten und ein Bezug zur Realität sind da oft nur störend. Nahezu alle haben kaum praktische Erfahrungen in der landwirtschaftlichen Urproduktion, meinen aber ganz genau zu wissen, wie Landwirtschaft zu funktionieren hat. Dass dabei die konkreten Forderungen der einzelnen Organisationen sich da gerne widersprechen, ist dann erstmal nicht wichtig. Mir scheint so, als wenn dort auf der Demo gemäß dem Motto verfahren wird, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und, liebe Kollegen und Kollegen, der Gemeinsam und Feind ist dabei die Agrarindustrie, sind die Massentierhalter und ist im Zweifel auch immer der Bauernverband. Jeder von uns weiß, was unter Massentierhaltung und Agrarindustrie in der Bevölkerung immer so für Vorstellungen herrschen. Die sind höchst unterschiedlich. Eine Minderheit meint vielleicht, ja, Strathoff, das ist Agrarindustrie, das ist Massentierhaltung. Aber die allermeisten meinen letztendlich uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute zum zweiten Mal, die wir machen wollen, wir uns satt hier wohl hier in Berlin auf die Beine stellen. Wir machen euch satt! 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 Genau. Wir machen euch satt! Das ist ein ganz klares Statement. Ich hoffe, dass wir eine große Höffentlichkeitswirkung machen, dass mitbekommen wird, dass letztendlich auch hier wir die Bauern sind. Wir räumen uns nicht pauschal gegen Veränderungen. Wir fordern, dass Fakten statt Meinungen in der Diskussion gebraucht werden. Wir brauchen keine gegenseitigen Anschuldigungen. So was ist nicht zielführend in einer Debatte. Und wir fordern, dass die Skandalisierung der Landwirtschaft endlich ein Ende haben muss. Ja. Wir machen euch satt! Wir machen euch satt! Wir machen euch satt! Wir machen euch satt! Gut, also, ich bin am Ende meines Redetextes angekommen. Ich kann mich auch nur den vorherigen Leuten anschließen, die euch dafür bedankt haben, dass ihr gekommen seid. Nochmal recht herzlichen Dank und ich wünsche noch eine schöne Veranstaltung hier. Danke gerne!